ein herzliches willkommen hier im großartigen ersten da wie ich werde glaube ich hoffentlich berichtigt wenn ich lüge aber das ist das erste richtige da wie jetzt er als erste richtige kommt gut hin ja mit der bester ending jetzt rangers mit dabei ist selten von einer meiner habe ras in der schottischen nationalmannschaft spielt ja ausgangslage dritter gegen vierter selten dritter rangers vierter bei unentschieden würde sie selten auf platz eins punkte gleich schieben mit den anderen zwei venedig und lincoln city und die menschen hier dahinter schieben jetzt von der zweiten liga gab es vorbei ja beim sieg ist derjenige tabellenführer der den sieg holt freut euch auf emotionen die dieses match sicher mit sich bringt denn ich glaube für beide sind das zwei wichtige teams ja das stimmt und weißt du was ich muss es jetzt verraten ich muss jetzt echt verraten wenn wenn wir die liga nicht gespielt hätten hätte ich diesmal als lieblingsmannschaft selten eingestellt in fifa 19 naja dass ich dann immer auf selten bin und dass ich dann immer bundesliga spielen immer auf die bundesliga gehen muss weil das vor eingestellt ist dann dass du automatisch startest mit der hand sie das war als seitenwechsel oder ernst die stehen sehr tief das oder was ist das schon rückpass Also ich finde das lustig. Oh. Ja, da wollte ich schon ein bisschen abdrehen noch, aber das war's dann schon. Tuh, ein Kniefall brauchst nicht machen. Oh. Na, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Oh, das war's. Oh mein Gott. Oh ja, da schleicht ich da oben. Da oben? Was? Oh. Oh. Oh, schön. Oh. Oh. Hat das nicht so viel Platz weg eigentlich. Schön gemacht. Noch bleibe ich sehr emotionslos. Kann passieren. Euter Verteidiger, du sollst dich nicht wecker dran, euter Einespringer, auch wenn's in die Eier geht. Wehtun muss. Oh, was war das? Oh, was ist das? Oh, was war das? schäduckt mit da würde ich sagen euer goli oder vorder also mit dem habe ich nicht gerechnet dass das oder willst die feldspieler werden ja das habe ich nicht glaubt dass das abseits sichern da das wollte ich nicht von hinten oder aus der mitte das so ryan jack jack ryan hat es wahrscheinlich geben ein plagiat nein du darfst nicht jack ryan heißen das heißt eine berühmte filmreihe und romanreihe und soweit ok dann nehme ich mich rein jack burle du hast mir heute nicht so gut gefallen du hast noch eine halbe minute zeit ihr das zu überlegen ja ich muss sagen über weite strecken hat die erste halbzeit den rangers gehört ich überlege noch immer ja oder ja ich glaube das geht so aus dass er vor dem goli dahin springt ja ich auch na da liegt sie noch vor ich dachte dass er gleich abzieht ja wir machen einen defensivwechsel neuer linksverteidiger oder oder check mehr aufstützen geht nicht mehr aber oder schön nein aber 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 jetzt reicht es jetzt reicht es mal mit dir schön weiter ja uiih nächste kommt auch schon und einfach weg uiih uiih das war wichtig ja von mir aus 20 es reicht mir mit dir jetzt wurde ja da es war ein vergeben so sinclair lasst man durchspielen aber ich glaube nächstes mal wird haze wieder den vorzug bekommen naja haze fehlt ja na so ich habe mein test spiel gespielt mit shotlern also mein spiel wieder und da ist sinclair gut gewesen und dann habe ich mir gedacht ich probiere ihn da auch aber da zeigt er wieder nix wo wo kann der auf 9 habe oder abdaktierte heute mit der haxen eine oder rechts die haxen von mir aus oder ihr seid eine schottische Mannschaft eine schottische ihr seid Härte gewohnt nicht eine Luschen Liga wie die australische oder so oder die irische sehr stark gemacht ja Kanteas wieder ein Doppelpack den Cup hat ein bisschen verschlafen aber dafür in der Liga ist er die Nummer 1 und es steht 3-0 geht scheißen geht scheißen steigt ab von mir ihr Pussy es wird schön sehen dass ihr davon habt Morinos erster Treffer für die Vingers ja und das erste Glasgow Derby geht wohl an die Rangers die sich hier bei Celtic drei Punkte mit nach Hause nehmen dürfen oh 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 Boah! Oh, Alter! Siegst, so hat man sie an! Was soll ich dazu noch sagen? Nix! Ja, 4-0 Kent! Also, am Heim, auf der Heimfahrt kriegt sie keinen Whisky zum Surf, weiter! Sie sind daheim! Oh ja! Beide! Weiter, wieder alleine! Weiter! Weiter! Boah! Nein! Alter! Na, ich schau jetzt nur, ich hab jetzt vergessen welche Aufstellung die da spielen! Also offensiv! Aber das glaube ich auch für euch! so ich habe ja doch nicht so gut geworden dass der wie du vermutet hast wahrscheinlich gut zusammenfassen können sparen ja wir sehen uns beim nächsten mal bis dann noch ein